So, Servus Leute. Willkommen zu, wie soll ich das nennen, zu der Verlosung, zum Verlosen. Okay, bevor wir da hingehen und uns die Verlosung anschauen, wie ich das mache, möchte ich nochmal kurz was loswerden. Ich werde jeden Abend versuchen, ein Video zu machen, wie ich meine Fortschrugpunkte abernte. Und das sind ungefähr über 1100, je nachdem, was hier die Gebäude abwerfen oder hier der große Leuchtturm. Was die so alles abwerfen, dann mache ich ein kurzes Video und dann ist hier die Leiste voll. Das sind dann, keine Ahnung, 1100, 1200, Pi mal Daumen. Und das stelle ich hoch und Prozedur ist genauso. Einfach kommentieren und ich werde dann den Gewinner ermitteln, beziehungsweise das Tool wird den Gewinner ermitteln. Und dann kriege ich eine Freundschaftsanfrage raus und spende dann die Videos. Und wie genau das funktioniert, möchte ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Dazu mache ich jetzt einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier ist das Video. Und ich habe halt so ein Programm, das ist, wie heißt das nochmal, The Buddy heißt es. Und mit dem kann man so ein paar Sachen machen, halt. Das ist so eine Erleichterung, wenn man Videos einstellt und so weiter. Und zwar, ich gehe hier drauf jetzt, das Video und dann kann ich hier auch eine Option, Pick a Winner. Und das machen wir jetzt, bevor ich das mache. Ich mache das zum ersten Mal, ich habe es noch nie gemacht. Also fünf Kommentare sind es. Und von den fünf ziehen wir jetzt ein. Dann, das ist das Video, ja. Before I, Gewinnspiel. So, okay. Tada. Und, Pick a Gewinner. Achso, noch nicht. Okay, ich kann von allen Kommentaren auswählen. Und das Kommentar muss irgendein gewisses Wort haben. Okay, das haben wir ja nicht gemacht. Also, und? Jetzt, ich drauf. Tada. Und wer ist es? Björn. Ein Gewinner ist Björn. Okay. Dann, ja, der mit dem Björn. Also, dann, so, der Björn hat auch schon geantwortet. Ich möchte es hier nochmal kurz zeigen. Genau. Habe ihn so angeschrieben gehabt. Und, jo, da gehe ich mal hier auf sein legendäres Gebäude. Also, hier ist die Asche. Also, hier ist seine Asche. Und hier sind meine 1000 Fortschpunkte, die ich ihm somit immer mittelt habe. Also, nicht, dass die Leute denken, ich mache hier nur irgendwelche Betrügereien oder so. Das habe ich nicht vor. Ich meine das ganz ehrlich. Und werde das dann auch in Zukunft immer so machen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.